Wenn unser Kabinettssekretär noch dazu in der Lage ist und Gigi auch dazu in der Lage ist, Gigi wollte uns noch etwas aus der Tankschule vorführen und ich denke, das haben die Reis ruhig nötig, dass sie noch mal lernen, was heute modern ist. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich beim Leibnizklub bedanken für diesen Preis. Das bedeutet mir auf jeden Fall eine Menge und ich werde ständig in meiner Arbeit weitermachen. Und ich habe etwas vorbereitet, was Ihnen meine Arbeit näher bringen soll. Und zwar ist es die Tanzrichtung, die zumeist aus Amerika kommt. Die Tanzrichtung nennt sich Krupp. Und es ist eine aggressive Tanser, die ich zumeist bei Jugendlichen anwende. Wie im Boxing, nur dass es nicht angefasst wird. Schauen Sie sich das einfach ganz selber an. Wir danken Ihnen. Deine Krupp. Das ist ein wenig zu Ende, als in der Natur. Lass mich unterhalten, noch zu Hause auf. Sie haben in der Natur zu gehen. Und man hat sich auf danken, dann wollen wir das mitzunehmen. Fertig, nicht nur zu Hause auf. Wir danken, außen zu sein. Ebennus um mich zu Hause. Sie wollten in der Natur. Wir danken, das können wir noch nicht mehr in aquí. z.B. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 6 7 8 10 8 10 10 11 12 13 15 14 14 15 15 16 17 17 18 18 20 21 21 22 23 23 24 24 24 24 25 26 25 26 27 29 28 25 27 28 31 30 31 Wunderbar, nochmal schönen Dank. Vielen Dank.